In diesem Video zeige ich dir, wie du ohne viel Arbeit deine Mikrowelle in nur 3 Minuten reinigen kannst. Wenn Mama deine sämtlichen Vornamen nacheinander brüllt, weißt du, dass du sie mit irgendwas ziemlich verärgert hast. Meistens, weil du vergessen hast, die Küche sauber zu machen, nachdem du dir eine Pizza in die Mikrowelle geschoben hast. Und jetzt ist die Mikrowelle komplett mit Tomatensauce und Fett verspritzt. Dann hilft nur, sich mit dem Spülschwamm zu bewaffnen und zu rubbeln. Angry Mama lässt diese netten Erinnerungen wieder aufleben. Schnell und umweltfreundlich hilft sie dir, die schmutzige Mikrowelle zu reinigen. Einfach etwas Essig und Wasser in Angry Mama füllen und 3 Minuten in der Mikrowelle kochen lassen. Die Essigmischung verdampft durch ihren Kopf und löst eingetrocknete Essensreste an den Wänden der Mikrowelle. Danach wird der Schmutz einfach mit einem Lappen oder etwas Haushaltspapier weggewischt. Angry Mama ist das ideale Einzugsgeschenk für Kinder, die gerade in die erste eigene Bude gezogen sind und eine wütende Mama gebrauchen können, die für Sauberkeit in der Küche sorgt. Wenn du jetzt noch wissen möchtest, wieso ab heute dein Kaffee nie wieder kalt wird, dann schau dir doch unbedingt dieses Video an.